Willkommen im Autohaus Langer. Bei uns erwartet Sie die größte Autoshow im Rhein-Sieg-Kreis. Auf 6000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren wir Ihnen über 200 Fahrzeuge der Marken Opel und Honda. Unser freundliches und kompetentes Personal berät Sie personen- und bedarfsorientiert. In unserer Meisterwerkstatt kümmern sich unsere Mechaniker gerne um Ihr Auto. Machen Sie doch auch mal einen Zwischenstopp bei uns. Autohaus Langer an der Burg Sülz 38 in Loma. Parkhaus fertiggestellt. Nach vier Monaten Bauzeit wurde das neue Parkhaus an der Poststraße neben dem Trostorfer Bahnhof am 15. Januar eröffnet. Zahlreiche Gäste, darunter auch Bürgerinnen Klaus-Werner Jablonski erschienen, um das Parkhaus feierlich einzuweihen. Auf der 13.000 Quadratmeter großen Stellfläche haben circa 500 Autos Platz. Außerdem bietet das vierstöckige Parkhaus eine Bike-and-Ride-Anlage für rund 200 Fahrräder inklusive mietbarer Fahrradboxen. Schüler, Studenten und Berufstätige, die von Trostorf aus mit der Bahn fahren, können nun ihre Autos und Fahrräder direkt am Bahnhof abstellen. Auch Urlauber und Reisende, die den Köln-Bonner Flughafen nutzen, haben die Möglichkeit, über die Urlaubszeit kostengünstig am Trostorfer Bahnhof zu parken. Im Rahmen der Parkhauseröffnung ist bis zum 20. Januar das Parken gebührenfrei.